Hi, ich bin Maja von der Amnesty Stadtgruppe in Halle. Ich möchte gerne auf etwas aufmerksam machen. Bis zum 22.12. könnt ihr noch an der Amnesty Briefmarathon-Aktion teilnehmen. Dort könnt ihr zehn Menschen in Not unterstützen, indem ihr einen Brief verfasst, der dann bei der jeweiligen Behörde landet. Das Ganze geht entweder analog oder auch in Form von einem Online-Formular, das ihr auf der Amnesty-Website findet. Einen von diesen Menschen möchte ich in diesem Video ein bisschen vorstellen. Es geht um Wendy Galasa. Es ist eine feministische Aktivistin aus Mexiko, die sich dort sehr für Frauenrechte stark macht. Am 9.11.2020 hat sie in einer Demo teilgenommen, auf der gegen den Femizid an einer Frau namens Alexis protestiert wurde. Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Das kommt in Mexiko relativ häufig vor. Auf dieser Demo kam es dann zu Ausschreitungen und die Polizei hat schlussendlich in die Menge geschossen. Wendy Galasa erlitt Schussverletzungen. Sie hat sich also an diesem Tag stark für Frauen gemacht und hat gegen die Gewalt an Frauen gekämpft und wurde selber Opfer eines versuchten Femizides. Direkt nach der Demo hat sie eine Strafanzeige gegen die Polizei gestellt, doch ohne Erfolg. Die Verantwortlichen wurden bis jetzt noch nicht vor Gericht gestellt. Diese Tat ist also schon mehr als ein Jahr her, doch bis jetzt hat sich noch nichts aufgeklärt und Wendy Galasa möchte aber weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen, in ihrem Fall und auch für Frauen auf der ganzen Welt, denen Gewalt widerfährt. Ihr könnt sie dabei unterstützen. Ihr könnt an dem MSC Briefmarathon teilnehmen und für Wendy einen Brief schreiben. Außerdem könnt ihr den Hashtag Schaut für Wendy auf den sozialen Netzwerken verbreiten. Los geht's!